So Freunde, Philipp wollte gerade den Heli nehmen. Ist halt nicht, ist halt gerade nicht. So Jungs, nächste Mission zerstören sie das Thron. Ah, du Sau! Ist halt nicht. Jetzt wiederbelebt mich. Jetzt zieh mich erstmal aus der brennenden Karre. Ne, das geht nicht. Philipp rennt da einfach rein. Philipp ist einfach voller Feuer. Jawoll! Bist du ja wieder tot? Ob ich schon wieder tot bin? So, wir müssen doch jetzt hier einfach nur rüber. Ihr müsst euch vorstellen Freunde, immer wenn ich sage, so Cut, ne, nächste Mission oder sowas. Zu 50% passiert immer das dann. Ist ja das halt auf mich schießt, mich nicht töten kann und dann deine Rache nehmen muss. Ist jetzt hier ein komplettes Lager hier oder was ist das jetzt hier? Ja. Glaub schon. Zerstörung der Drogen wurde, das hatten wir doch schon. Das hatten wir doch schon. Konzentration. Ey, da sind voll viele Leute. Das war kreativ. Aber es sieht interessant aus hier. Ich bin doch beobachtet. Ja, die wissen nicht von wo ich sie platt mache. Okay, jetzt wissen sie es. Oh, das kann man nicht mehr sein. Oh, das kann man nicht mehr sein. Brauche ich da nicht durch? Oh doch. Oh, da stand der neben mir. Was hast du mir erzählen müssen? Ey, ich hab keine Ahnung. Hat die Rebellen gebeten uns zu helfen. Ich weiß nicht mal ein bisschen wie der Koordinator vorgehen. Ich, ich freu. Achso, du bist tot. Wie immer. Au! Ich bin auch gleich tot. Oh, hab ich eigentlich nur vier Rebellen, alter. Ich dachte, ich hätte die mal... Weil, machen die nichts? Jetzt! Ja, oder was? Wenn ich drauf schieße, dann schießen sie in den Typenblatt. Ne, es darf nicht zu einfach sein, ist ja schon klar. Ja, hallo. Ich hole die Rebellen, damit sie sie ablehnt. Ich weiß halt nicht, von wo die uns eigentlich angreifen, Digga. Und überall. Jetzt werden wir die Jagd, Digga. Jetzt wissen sie aber nicht mehr, wo wir sind, oder? Da hinten sind sie auf Hilfe noch. Was soll man ja nicht machen? Wir sollen das Ubo zerstören, okay? Okay. Eine Rebellen, oder? Achso, in den hinterher! Okay, wir gehen ganz langsam voran. Ganz langsam voran. Da hinten ist er noch. Schade, dass man es nicht so markieren kann, wie bei Battlefield oder sowas. Das sagen kannst du, da ist jetzt ein Feind. Okay, Rebell guckt man in die Richtung, nicht wie man die andere fällt auf. Müsste man... ...werbal sagen. Jetzt hör auf mit der Drohne, oder sowas. Hä? Gibt's da oben einer? Ist der am Leben? Ne. Da links noch müssen. Also wir müssen hier wieder zum Wasser, ne? Da ist ja ein U-Boot. Kein hübsches Camp. Ich hab jemanden befreit. Ich bin ein Befreier. Ja? Dokumente, hör dich auch, hör ich mir auch gerade an. Okay, scheiß U-Boot soll irgendwo sein. Du hörst du die an? Ich muss mir an können, ich weiß nicht, wie man es wegdrückt. Hä? Die sind auf Grund gelaufen mit dem U-Boot, glaube ich. Weg. So hat sich taktion gehört. Fuck, 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 fuck. Hinter mir. Fuck! Ja... Wie bin ich denn an dem vorbeigeladen? Ich fuhr und gehörte... Hilfe an. Papa zu mir. Okay, das tot, ich glaub's war der letzte... was ich vom letzten ich weiß auch nicht bin an dem anscheinend vorbeigelaufen das finde ich gut dass du mal auf dem weg liegst ja kann man sich auch mal erkennen nicht immer unter autos oder in büschen so hier ist die nächste dokumente die die nächste dokumente die idee war schon richtig hin zu laufen von den zweiten daten dass man in dem scheißspiel nicht springen kann man so man solltest c4 anbring es kann nicht schwer sein das sieht voll du los hast du angebracht nur noch mal auch ganz stark zum heiligen stand da muss man auch mal applaudieren und voll mann sagt er das ist hoch den netz ich wusste das nicht ich hab einfach nur auf platzieren gedrückt und das scheint zu lang gedauert habe ich nochmal drauf gedrückt warte müssen wir jetzt alles normal machen mann schießt einfach auf das U-Boot und wisst nachher wo es ist ich hab Pakatarium Verstärkung geblieben ich höre jetzt damit auch drauf ja genau dann geh hoch hoch mach 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 ein paar hinter uns sind sie missionen alex ich weiß nicht haben wir jetzt geschafft wir müssen drei missionen durch das war die schon wir haben die schaffte wo wir gestorben sind ja aber auch zerstört alles bei uns dann sehen wir uns ein bisschen wieder